Musik Mein Name ist Ronald Fischer, ich bin im Haus WIGGERT zuständig für den Bereich IT und Organisation. WIGGERT ist ein Hersteller für hydraulische Pressen und vollautomatische Pressensysteme. Unsere Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, Europa und die USA, wobei wir, wie gesagt, weltweit agieren. WIGGERT ist ein Familienunternehmen, das am Standort Landau hier 160 Mitarbeiter beschäftigt. 25 Prozent unserer Mitarbeiter sind in der Entwicklung tätig. Wir haben uns für die mobile Lösung entschieden, weil wir eine Schnittstelle haben wollten für unser ERP-System. Wir haben dadurch eine direkte Anbindung an das ERP-System, das heißt, wir sind online verbunden, wir haben eine klare Transparenz. Wir sehen die Bestände direkt und alle Buchungen auch online. Wir haben das Thema der Umlagerung einmal für Pressenaufträge, das heißt, vom normalen Lagerbestand auf den Kommissionsbestand verbessert, genauso für Serviceeinsätze, wo wir die Ware direkt auf den Serviceauftrag entsprechend umbuchen können und zusätzlich auf ein rollendes Lager für Serviceeinsätze, wo die Kollegen zusätzliche Ware mitnehmen, weil sie nicht wissen, ob sie die direkt benötigen oder nicht. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist manuelle Bedarfsanforderungen. Das heißt, Bedarfsanforderungen vom Lager werden online erfasst und direkt in die Disposition gegeben, damit diese bestellt werden. Damit entfällt, ja, das Papierhauptthema ist unsere Inventur gewesen, weil die Bestände direkt dort online im System verbucht werden, das manuelle Nacherfassen entfällt. Vor L-Mobile haben wir die Inventur in Papierlisten ausgegeben. Davor wurde die Inventur im ERP-System generiert, die Listen entsprechend exportiert, in Excel aufbearbeitet und diverse Sortierungen vorgenommen, weil jeder Lagerbereich, ob das die Elektrowerkstatt ist, die Traulikwerkstatt oder die spanabhebende Fertigung, andere Sortierkriterien in ihrem Lager hatten. Das war ein sehr, sehr manueller Aufwand. Und ja, die Inventur wurde dann erfasst, in die Zähllisten eingetragen und dann manuell durch die bestehende Mannschaft im Tagesgeschäft im ERP-System erfasst. Unsere Inventur hat sich wesentlich erleichtert. Sie beginnt nach wie vor im ERP-System. Das heißt, im ERP-System werden die Inventurlisten generiert. Sie werden dann exportiert oder übertragen an L-Mobile, an das System und kann dann entsprechend bearbeitet werden. Das heißt, mehrere Mitarbeiter können zeitgleich Inventur erfassen. Die Bestände werden online erfasst. Ich sehe sie sofort im ERP-System. Ich habe eine Prozesssicherheit, ich habe eine Transparenz, ich kann sofort Kontrollmechanismen anstoßen, ich habe Toleranzgrenzen, die ich eingeben kann im System. Und der Abschluss der Inventur ist sehr, sehr kurzfristig möglich. Die Vorteile für der mobilen Inventur ist eine weitergehende Fehlerfreiheit, da die Istbestände direkt im System erfasst werden und dadurch die Datenqualität enorm gesteigert wird. Die Benutzeroberflächen vom System sind sehr bedienerfreundlich. Das heißt, wir konnten Inventurhelfer mit einsetzen und das Größte war die Zeitersparnis insgesamt bei der Inventur. Wir konnten den kompletten Aufwand auf ein Drittel der Zeit reduzieren. Mein Name ist Michael Becker, ich bin im Lagerbereich der Firma Wigert tätig. Durch den Scanner tun wir die Inventur direkt online erfassen und haben dadurch keine Papierlisten. Wir haben uns für L-Mobile entschieden, weil wir die Integration in unser aktuelles ERP-System ProAlpha über eine Schnittstelle realisieren konnten. Die Schnittstelle war schon vorhanden gewesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Das zweite war ein Referenzbesuch, der uns überzeugt hat. Dort konnten wir sehen, wie ein anderes Unternehmen mit der Anwendung arbeitet und das hat uns schlussendlich überzeugt. Die Zusammenarbeit mit L-Mobile läuft sehr gut. Das heißt, wir haben ein Konzept erstellt. Das Konzept wurde komplett umgesetzt, wie wir es gemeinsam definiert haben. Es wurde, was auch ganz wichtig ist, in der vorgesehenen Zeit realisiert, was auch wichtig ist. Wir haben bestimmte Sonderprogrammierungen für uns machen können. Die wurden auch fehlerfrei sauber umgesetzt. Man kann sich jederzeit auf L-Mobile verlassen.